In Buch haben den todblassen, bettlerigen Mann, der einmal Franz Biberkopf war, die Kriminalbeamten und die Ärzte, wie er zu sprechen und blicken anfängt, viel ausgefragt. Die Kriminalbeamten, um zu ermitteln, was er alles auf dem Kerbholz hat, die Ärzte wegen der Diagnose. Von den Kriminalbeamten hat dieser Mann gehört, dass sie einen Reinhold haben, der früher in seinem Leben, in seinem früheren Leben, eine Rolle gespielt hat. Sie erzählen von Brandenburg und ob er auch einen Moroschkiewicz kennt und wo der sich aufhält. Er hat sich alles mehrfach erzählen lassen und ist ganz still dabei. Man hat ihn einen Tag ganz in Ruhe gelassen. Es ist ein Schnitter, der heißt Tod. Nun wetzt er das Messer, jetzt schneit es schon besser. Hüt dich, Blaublümlein. Vor dem Kriminalkommissar hat er am nächsten Tag seine Aussage gemacht. Er hat nichts mit der alten Sache in Freienwalde zu tun. Wenn dieser Reinhold etwas anderes sagt, dann irrt er. Der zusammengeschmolzene weiße Mann soll sein Alibi von damals zusammenbringen. Es dauert Tage, bis das möglich wird. Alles wehrt sich in dem Mann, diesen Weg zurückzugehen. Der ist wie versperrt. Er bringt stöhnend einige Daten heraus. Er stöhnt, man soll ihn lassen. Er bliegt ängstlich wie ein Hund vor sich. Der alte Biberkopf ist hin, der neue schläft und schläft noch. Er belastet diesen Reinhold mit keinem Wort. Wir liegen alle unterm Beil. Wir liegen alle unter einem Beil. Die Angaben bestätigen sich. Sie stimmen überein mit den Aussagen von Miezes Gönner und dessen Neffen. Die Ärzte kommen mehr ins Klare. Die Diagnose Katatonie tritt in den Hintergrund. Das war ein psychisches Trauma. Anschließend eine Art Dämmerzustand. Der Mann ist familiär nicht sauber. Dass er mit dem Alkohol auf Duzfuß steht, sieht man ihm an. Schließlich ist der ganze Diagnosestreit Schnurz. Simuliert hat der Kerl bestimmt nicht. Er hat einen Klaps gehabt, der nicht von schlechten Eltern war. Und das die Hauptsache. Also Nummer Punkt. Schluss. Und er fällt für die Schießerei in der Alexanderquelle unter Paragraf 51. Neugierig, ob wir den wiederkriegen. Der wackelige Mann, den sie nach dem gestorbenen Biberkopf nennen, weiß nicht, wie er im Haus rumgeht, ein bisschen als Essenträger fungiert und gar nicht mehr ausgefragt wird, weiß nicht, dass noch allerhand hinter ihm umgeht. Da knabbern die Kriminalbeamten daran, was das mit seinem Arm gewesen ist, wo er den verloren hat, wo er in Behandlung war. Sie fragen in der Magdeburger Klinik nach. Das sind ja olle Kamellen. Aber die Bullen interessieren sich für olle Kamellen. Sogar wenn sie 20 Jahre alt sind. Sie kriegen aber eine Strauß. Wir sind ja am fröhlichen Ende. Der Herbert ist auch ein Zuhälter. Die Jungs haben alle feine Mädchen. Auf die schieben sie alles ab. Von da wollen sie alles Geld herhaben. Dabei glaubt das keiner von den Bullen. Vielleicht haben die auch Geld von den Mädchen dann und wann. Aber zwischendurch arbeitet man doch auch selbstständig. Und darüber schweigen sich die Brüder aus. Das Gewitter, auch das Gewitter, geht an dem Mann vorüber. Soll ihm für diesmal alles verziehen werden. Du hast für diesmal eine Rückfahrkarte bekommen, mein Sohn. Das ist der Tag, wo man ihn entlässt. Die Polizei lässt ihn nicht im Zweifel. Sie wird ihn auch draußen beschatten. Aus der Kammer wird gebracht, was dem alten Franz gehört hat, und er bekommt alles wieder in die Hände. Er zieht sich die Sachen wieder an. An der Jacke ist noch Blut. Da hat ihm ein Schubbohm mit dem Knüppel über den Kopf gehauen. Den falschen Arm will ich nicht. Die Perücke gehört Ihnen auch. Können Sie behalten, wenn Sie mal Theater spielen. Bei uns gibt's alle Tage Theater. Da tragen wir aber keine Perücke. Den Entlassungsschön haben Sie. Adieu, Herr Oberpfleger. Na, besuchen Sie uns mal, wenn schönes Wetter ist im Buch. Wird gemacht. Und schönen Dank. Ich lese Ihnen auf. Das haben wir also auch hinter uns.